Heute wollen wir Ihnen Omron vorstellen. Wir gehören nach Forbes-Listung zu den 2000 größten Unternehmen der Welt. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Sensor- und Steuerungstechnik können wir auf eine langjährige Tradition zurückblicken, seitdem Kazuma T.T. das Unternehmen 1933 in Osaka gegründet hat. Im gleichen Jahr erfand er auch das erste Zeitrelais. 1943 Ausweitung der Produktion auf das erste Mehrzweckrelais. 1960 Erfindung des ersten Mikroschalters. 1974 Gründung der ersten Niederlassung in Europa. 1978 Einführung des ersten Schaltnetzteils. 2007 Gesichtserkennung. 2009 Einführung von Safety Services. Mit einer jährlichen Investitionsrate in Forschung und Entwicklung von 7% und einer durchgängigen In-House-Fertigung garantieren wir qualitativ hochwertigste Produkte. Wir bieten alles, was Sie zur Maschinenautomatisierung brauchen. 200.000 Produkte für Input, Logic und Output. Schauen wir einmal genauer auf diese drei Stufen. Input. Omron bietet Ihnen viele Produkte zur Erkennung von Vorgängen in Ihrer Maschine. Zum Beispiel Positionsschalter, induktive und kapazitive Näherungssensoren, photoelektronische Sensoren sowie High-Performance-Detektoren im Bereich Vision und Measurement. Logik. Wir liefern Produkte von einfacher Komplexität bis hin zu High-End-Lösungen. Von Zeitrelais, Zählern und Temperaturreglern bis hin zu speicherprogrammierbaren Steuerung, Industrie-PCs und Motion-Control-Lösungen. Output. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Aktorik-Komponenten. Zum Beispiel von einfachen Niederspannungsschaltgeräten über elektronische Halbleiterrelais bis hin zu Hochleistungs- und Servoantrieben. Steuern, konfigurieren und visualisieren Sie die gesamte Maschine mit nur einer Software. Verbinden Sie sich mit mehreren Partnern. Nutzen Sie die Vorteile der offenen Netzwerke mit Ihren grenzenlosen Möglichkeiten. Und vertrauen Sie einer 30-jährigen Erfahrung in der Sicherheitstechnik. Eingebettet in unseren Produkten und Lösungen. Wie kommen Sie an Produkte aus dem Hause Omron? RS Komponents versendet alle zwei Sekunden ein weiteres Paket aus Ihrem rund 500.000 Produkte umfassenden Sortiment. An über eine Million Kunden in rund 80 Ländern. Lieferung direkt am nächsten Werktag. Der Multi-Channel-Ansatz spricht jeden Kunden so an, wie es für ihn am günstigsten ist. Sei es online, persönlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail. Komplette Betreuung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Von 3D-Produktmodellen bis hin zur Möglichkeit, immer und überall einzukaufen. Eine Partnerschaft zu Ihrem Vorteil.